Hallo und willkommen bei The Soundfile aus den Amazing Sound Studios, eurem Tontechnik-Kanal, der auch mal so an die Leute geht, die vielleicht gerade mal anfangen und sich überlegen, ja kann ich denn eigentlich auch meinen HiFi-Aussprecher benutzen, um Musik zu produzieren oder muss ich jetzt unbedingt in den nächsten Laden rennen und mir einen dedizierten Studio-Monitor kaufen oder wie sieht es denn damit aus, das wollen wir uns einfach mal in Detail angucken, was spricht für einen HiFi-Speaker im Studio oder was spricht eventuell dagegen. Es gibt ja viele Mastering-Studios zum Beispiel, die durchaus mit HiFi-Speakern arbeiten, die großen B&W-Speaker stehen in vielen Studios, aber das ist doch die Ausnahme, also bei uns zum Beispiel, wir arbeiten jetzt mit den Mastering-Monitors von Strauss Elektroakustik, die stehen auch bei Sony Music in Japan und in vielen anderen Mastering-Studios, die sind natürlich einigermaßen teuer, die kann man auch für HiFi anwenden. Die allermeisten HiFi-Lautsprecher sind aber auch wirklich für den Wohnraum vorbehalten und das hat einige Gründe und der Hauptgrund liegt wohl tatsächlich in der Auslehnung der Speaker, auch wenn mir das einige HiFi-Lautsprecher-Hersteller eben wieder um die Ohren hauen, wenn ich sie darauf anspreche und sagen, na, das stimmt doch gar nicht. Wenn ich so über HiFi-Messen laufe und mir die Sachen anhöre, muss ich immer wieder feststellen, doch das stimmt. Und zwar ist die Auslegung einfach in Richtung gefälliger Klang. Ein HiFi-Gourmet möchte in allererster Linie Ausnahme bestätigen auch da die Regel, aber meistens Musik genießen. Und deswegen sind HiFi-Speaker vielfach so abgestimmt, dass sie in gewisser Weise schön färberisch sind. Die sollen also, auch wenn eine Aufnahme nur so mittelmäßig ist, erstmal gut klingen, schön klingen. Man möchte ja, dass der Mensch, der vor diesem Lautsprecher sitzt, die Musik genießt. Und wenn der Tontechniker einfach einen schlechten Tag gehabt hat, dann ist das vielleicht dem HiFi-Konsumenten auch wurscht. Der will die Musik trotzdem genießen und das ist auch völlig legitim. Deswegen sind HiFi-Lautsprecher dafür ausgelegt, erstmal Spaß zu machen. Im Studio kann ich das nicht unbedingt brauchen. Also ein Studio-Lautsprecher soll mir eigentlich meine Fehler zeigen. Das heißt also, eine schlechte Aufnahme soll auf einem Studio-Lautsprecher auch schlecht klingen. Und das ist genau das, was auf diesen Lautsprechern hier zum Beispiel so ist. Also ich habe da diverse Geschichten schon gehabt. Allen voran ein Hip-Hop-Produzent, der hier war und mir irgendeinen deutschen Hip-Hop-Track, der er für seine Referenz gehalten hat, abgespielt hat. Und die klang wirklich so klein mit Hut. Also wirklich klein, boxy, irgendwie cheesy. Da meint er so, ja, deine Lautsprecher, die können keinen Hip-Hop. Dann habe ich einen Eminem-Track aufgelegt, in den USA gemastert. Also, oh, 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 ui, genau. Die können vielleicht, der kann halt nicht mastern. Und das ist aber eben genau das Problem. Auf einem durchschnittlichen HiFi-Speaker hätte vielleicht auch der deutsche Track erstmal beeindruckend geklungen. Und ich kann mich aber dafür darauf verlassen, was auf diesen Dingern klingt. Das klingt draußen auch wirklich überall und das funktioniert auch. Wir hatten es wirklich auch schon mehrfach mit Produktionen, die wir hier gemacht haben, wo uns die Leute gesagt haben, sondern es übersetzt sich so herausragend. Und das macht einen guten Studiomonitor aus. Und das könnt ihr von einem HiFi-Speaker nicht unbedingt erwarten. Der nächste Punkt, worum es geht, tatsächlich ist HiFi-Speaker insbesondere, wenn es größere HiFi-Speaker sind. Also, drei Wege Lautsprecher. Die sind dafür ausgelegt, ein Wohnzimmer zu beschallen. Die sind also auch dafür ausgelegt, wirklich einen Abhörabstand von zwei Meter, zweieinhalb Meter zu haben und dort dann euch zu beschallen, eure Freundin zu beschallen oder euren Freund zu beschallen, je nachdem. Und vielleicht noch zwei Kumpels, die nebeneinander auf dem Sofa sitzen, also mit so einem Sweetspot, was im Studio dazu führt, dass ihr einen sehr breiten Abstrahlwinkel habt, dass sehr viel von euren Wänden angeregt werden, dass ihr einfach ein sehr diffuses Klangbild habt. Im Studio will ich eigentlich einen Sweetspot haben, wo ich wirklich ganz akkurat höre, was für Räume mache ich. Ich möchte keine Reflexionen von meinem Abhörraum hören, ich möchte nichts hören und ich möchte einen Lautsprecher haben, der in den meisten Studios heutzutage tatsächlich im Nahfeld funktioniert. Und selbst die großen Strauß, die ich hier stehen habe, wirklich das Topmodell mit einem 18 Zoll Bass, sind auf einen Abhörabstand optimiert von 1,8 bis maximal drei Meter. Also nicht mehr. Und das sind richtig große Dinger. Das heißt also, die kann man im Wohnzimmer auch benutzen. Das ist so ein Lautsprecher, der auch im Wohnzimmer gut funktioniert. Aber letzten Endes auch eben im Nahfeld, was viele drei WG Lautsprecher im High-Bereich nicht machen. Wir kommen auch zu einem weiteren Punkt noch, was eben auch wieder Auflösung angeht, was ich im Studio brauche, ist absolut akkurate Feinauflösung. Das heißt also Feindynamik, Transientenwiedergabe und so weiter und so fort. Das kriege ich bei HiFi Lautsprechern schon auch, aber nur im höheren Preisbereich. Das heißt also im Low-Budget-Bereich wird es da relativ eng. Und das bringt mich zu einem Punkt, wo mich jetzt die ganzen HiFi-Leute wahrscheinlich steinigen werden, weil ich sie jetzt entzaubern muss. Das tut mir leid. Igel-Geschichte, wie immer Geschichte vom Igel. Ich hatte ja selbst mal eine Lautsprecher-Firma. Ist lange her. Also EarPleasure Audio Solutions. Da habe ich selber Lautsprecher gebaut. Das heißt, ich habe sie nicht gebaut. Mein Partner hat sie gebaut. Ich habe sie vertrieben. Und wir hatten damals, das war ein kleiner Breitbänder mit einer Tieftonerweiterung und einer Fastbox. Ein relativ guter Nahfeld-Monitor, der auch wirklich sehr gute Testberichte bekommen hat. Von Harald Wittich von Professional Audio. Der liebe Fritz Frey vom Studio Magazine fand die auch toll. Also wir haben wirklich ein paar richtig gute Referenzen, schöne Testberichte gehabt im Pro-Bereich. Und ich habe gesagt, das wäre doch ein schöner HiFi-Lautsprecher. Und habe versucht, da im HiFi-Bereich Fuß zu fassen. Und wir hatten eine Händlermarge, ich sage sie nicht genau, aber sie lag zwischen 20 und 30 Prozent. So in diesem Rahmen. Das ist so das Übliche, was ein Studieprodukt an Händlermargen hat. Und ich habe verschiedene Händler abgeklappert. Und ein Händler war dann endlich mal ehrlich zu mir. Und der hat zu mir gesagt, weißt du was, dein Produkt interessiert mich nicht. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Dann sagt er, du pass auf. Du kommst hier an mit einem Produkt, was vielleicht gute Tests hat im Studio-Bereich. Was im HiFi-Bereich aber keiner kennt. Bietest mir 20 Prozent Marge. Und ich habe hier fünf Produkte, die in jeder HiFi-Fachzeitung drin sind. Mit Tests, mit Werbung, mit was weiß ich. Und an jedem von diesen Produkten habe ich mindestens 50 Prozent Marge. Die Händlermargen im HiFi-Bereich sind ungleich höher als im Studio. Bereich. Und im HiFi-Bereich läuft viel, viel mehr an Anzeigen, an Promotion, was da mit finanziert wird. Das heißt, ich möchte das jetzt um Gottes Willen nicht verallgemeinern. Aber es ist wirklich tendenziell so, dass Produkte aus dem Studio-Bereich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das heißt, ihr kriegt wirklich mehr Sound, mehr technische Features für euer Geld als im HiFi-Bereich. Was bedeutet, summa summarum, wenn jemand einen guten HiFi-Lautsprecher hat und sich einbildet, er kennt den Klang, dann heißt das noch nicht, dass der im Studio richtig gut funktioniert. Weil wenn ein Lautsprecher bestimmte Parameter einfach verdeckt und nicht zeigt, dann hilft es euch auch nichts, wenn ihr den Klang kennt, wenn ihr bestimmte Dinge nicht hört. Trotzdem könnt ihr natürlich übergangsweise diesen Lautsprecher auch im Studio verwenden. Und wenn ihr damit zu Ergebnissen kommt, die draußen funktionieren, dann ist alles super nach dem Motto, wenn das Ergebnis passt, dann passt auch der Weg dahin. Alles prima, sagt niemand was dagegen. Wenn ihr ein Studio neu einrichtet und einen Studiomonitor braucht, geht in den Fachhandel, kauft euch einen Studiomonitor und macht einen Bogen um HiFi-Produkte. Andersrum wird eher ein Schuh draus, wenn ihr einen richtig, richtig tollen HiFi-Lautsprecher sucht, schaut gerne mal über den Tellerrand, guckt mal, was es bei Studiomonitoren gibt. Es ist da immer ein Stück weit Geschmackssache. Ich kenne HiFi-Hörer, die wirklich auf Klanggenuss stehen und weniger darauf achten, ob das jetzt die letzte tontechnische Wahrheit ist. Sie wollen einfach nur Spaß haben. Da ist vielleicht ein Studiomonitor weniger das Mittel der Wahl. Ich kenne aber auch genügend HiFi-Lautsprecher, die wirklich einfach Wert auf die reine Wahrheit legen, so zu hören, wie es auch der Tontechniker, der die Produktion gemacht hat, gehört hat. Für all jenen kann ich empfehlen, hört euch mal ein paar Studiomonitore an, lohnt sich bestimmt. In diesem Sinne, bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal. Ciao. Soundfile Untertitelung des ZDF, 2020